Frage vom Herrn Gries. Was will der von mir? Was will der von mir schon wieder? Er hat zwei Fragen. Die erste ist, wie groß sind Ihre Hoffnungen noch, dass 60 die Klasse hält? Ja, nicht ganz so groß, aber ich glaube, jetzt ist das entscheidende Spiel jetzt gegen Nürnberg. Wenn wir das nicht gewinnen, dann wird es ganz, ganz schwer. Wenn 60 absteigt, was muss passieren? Ach, da muss so vieles passieren. Erstmal brauchst du eine neue Mannschaft für die dritte Liga. Dann muss auch dem Vorstand und dem Sportdirektor was passieren. Da muss man alles neu machen, weil sonst geht es im gleichen Tod weiter. Super, das war's schon. Ende.